Da unten? Oh, ne Kiste. Okay, hier Blitz und Donnerr, das? Willinkt hier irgendwo was? Ne, ne? Ich kann den denn noch nicht anfallen. Da hast ne Kiste. Den muss ich mir leider holen. Und einmal ein Kampf. Wir haben noch ein paar Ladungen. Acht Kämpfe reicht noch. Dort haben wir dann so ne Liedermaus. Und kann ich nicht wechseln. Ich hab schon laugelt. ja 30 prozent das machen wir natürlich auch das machen wir nicht Das ist die Worte des Gehirns. Komm schon, in der Zeit zurück. Ansonsten, in der Wurzeltrecke. Was ist das Wurzeltrecke? Sie sehen, wie es ein Wurzeltrecken aus dem Wurzeltrecken. Es wird immer ein Wurzeltrecken. Was ist das Wurzeltrecken? Hey, was du in der Wurzeltrecke, Rufy? Das ist Gummimahn. Das ist auch super. Voll geil. Oh ja, wir müssen mal wieder reingucken, ne? In die Würfelfragmentsammlung. Da sehe ich noch einen Würfel. Gewitterwolkenruine. Oh, das sieht nach Rätsel aus. Oder anstrengenden Kämpfen. Auf alle Fälle nicht wenig. Oh, wir werden hier heftig leveln, glaube ich. So, Adio ist der Gruppe beigetreten. Erkunde die Gewitterwolkenruine. Mach ich doch gerne. Nee, tiefer. Tiefer. Mann, ich will das Fragment haben, du Lümmel. Ich weiß, wie ist das Fragmentar? Ja, sie haben, wenn es das Fragmentar- und so ist, wie ist es? also wenn hier auf jeden fall nach dem timeskip von den zwei jahren durch der name auf wetter was ist denn das da durch ich habe das übersehen ja tatsächlich schweinerei und lp abzeichen das ist ja nice zoro hat bereits eins kraft des wilden todes eichhörnchen ein würfelfragment mit der kraft des todes eichhörnchen lp 160 gegen das das wird doch bei raffi reinpassen ich mir das muster so ansehen diese ganzen kreise oder bei zoro bei nami bei lusok nicht bei sanji würde ich auch passen ok also das nimmt den ganzen slot ein und das nimmt so ein vierer slot ein ok wird denn jetzt noch gar keins chopper hat noch gar keins aber dann können wir das ja kombinieren mit anderen ist halt die frage wie wir das dann kombinieren also jeder muss ja irgendwie kraft haben chopper brauche auf jeden fall lebenspunkte aber den würde ich dann erstmal das hier geben äh robin kann ich ehrlich gesagt nicht sagen was die braucht also chopper ist ja unser heiler zoro ist ein krieger quasi raffi ist ein krieger sanji ist ein krieger ähm robin eigentlich auch ne jott zu den charakter stats ja kann man hier mal gucken wenn man hier mal guckt f hat ne für raffi haben wir wieder eins gefunden für nami auch wenn wir grad hier sind weil eigentlich ist es ja egal also ich würde sagen chopper braucht auf jeden fall verteidigung ohne ende und raffi packen wir da rein der krieg erstmal lebenspunkte wobei der auch angriff bräuchte eigentlich ne naja lissop könnte auch angriff vertragen ja lassen wir erstmal so bis jetzt sehe ich da noch nicht unbedingt einen großen vorteil weil kämpfen müssen die ja alle aber chopper müsste zum beispiel mehr einstecken können weil der hauptsächlich halt für ähm der braucht verteidigung und lebenspunkte der muss einstecken können umstatt auszuteilen würde ich behaupten tempo da wäre raffi für geeignet oder sanji chopper würde ich eigentlich nur reinholen wenn der heilen muss nice guter kick aber der kraft da wäre zocker am besten geeignet ich hätte auch robben angreifen lassen können ja ja das psycho eichhörnchen das war kein todes das war ein psycho eichhörnchen lichhörnchen hat keine extra erfahrung Kommt jetzt hier noch Rätsel dazu? Das sah vorhin so rätselig aus. Also die erzeugen mit einem Gerät Gewitterwolken und dann mit dem Blitzen anscheinend irgendwie Energie. Ich denke, dass es ein bisschen mehr so richtig ist. Aber es ist nicht so, dass es etwas anderes beachter ist. Ich denke, es ist ein Teil der Vergnügung des Geistes, aber ich weiß nicht. Sie können es nicht mehr so, dass ich das verletzt. Sie können die Geistes und die Geisteswerteidung ab und die Geisteswerteidung ab und die Geisteswerteidung sind. ach guck mal hier ist ein status von den füchern aufgehen oder raffia sowieso aber auch nur begrenzt und so eine gewisse wolke oha einsatz lady das wäre der richtige für zone die auch noch mal sicher mit namen ja auch noch nicht gekämpft schlecht schaden namen ja tempo aber ist hier gänzlich ungeeignet für alle was hat die denn so für angriffe thunderbolt mirage erschaffe erschafft durch eine temperaturschwankung eine fata morgana lässt ein verbündeten einem angriff ausweichen besteht heimlich berry ohne aufmerksamkeit zu erregen naja der tempo jetzt haben wir erstmal reintreten sie eigentlich oh ja sie hat auch einen flächenangriff sehr gut really nice zwei stufen alle zwei stufen krass man glaube ich hier so schnell das ist schon fast unverschämt so das hier ist glaube ich ein drehrätsel ne so wie das aussieht und wie dreht das ach hier ist mir egal wie das funktioniert was willst du lass mich boobies gucken so wir machen alle türen auf wir müssen bestimmt da hinten weiter nicht anfassen paket hey ach guck mal jetzt kann ich den gar nicht mehr benutzen ja macht nichts kannst mal neu laden die seite oder drück mal einfach oben in der favoritenleiste aufs ne drück mal um der favoritenleiste aufs stream muss irgendwo stream stehen und dann passers was ich weiß bestimmte kacklampe bald kaputt bitte das sind ja alte wir sind hier verstärkten wir sind ja A A B da ist B B ist Tempo Tempo kriegt auf die Fresse so warte mal wir haben hier einmal Tempo wir haben nur Tempo hier gegen Tempo hilft Stärke also können wir Zorro gegen Ruffy tauschen der macht das dann schon easy immer auf den armen Sanji ich weiß ja es ist ein lecker jung aber das ist ja nicht übertreiben volle SP da können wir ruhig mal der hat nur so einen einfachen Angriff ja dann brauchen wir nicht darauf habe ich nicht gehofft Double KO Ach die sind beide verstärkt okay Nami Tempo gegen Tempo Zeig mal was du kannst wie er immer den frauen schmeichelt wieder zwei stufen aufgestiegen alter so zu shopper so wir durch den tunnel kriechen wo geht es denn hier hin in irgendeine Kammer Feuerelement Schmuck okay was macht das ein Würfelfragment das deinen Angriffen Feuern zufügt nur effektiv wenn der zugefügte Typ eine Schwäche ist Feuer für Ruffy weil der hat ja glaube ich sonst keine Feuerangriffe dann haben wir hier jetzt Red Hawk ne der hat nur Kraftangriffe bis jetzt und wer hat glaube ich für Zorro und Würfelfragment gefunden oh zwei sogar nice können wir Onigiri einmal verstärken so kräft da muss Robin noch haben ich gegen Tempel wieso kann ich das jetzt nicht mehr wechseln wahrscheinlich weil es kein Special ist ist hier gut aufgehoben dann mache ich erst mal den weg Zorro dann und quasi keine Fähigkeiten die kleine Gegner anwenden ich hätte ihn jetzt beide mit der Gatling wegfallern können dann hätten sie nicht mehr angreifen können ja normaler Ansatz völlig SP-Leist wieder auffüllen ja er schmeichelt immer nur den Frauen oh wir haben keinen Bonus gekriegt ist unsere Party Runde schon vorbei das wäre aber traurig ok sonst ist hier nix dann müssen wir jetzt so schobber damit wir durchschobbern können kommen wir auch glaube ich da raus wo wir hin müssen ich nehme hier extra immer Ruffy mit dem kann ich aus der Entfernung die Kisten auch öffnen und Sachen einsammeln und zu dem Mod B ok die müssen wir als erstes weg machen Gefahr Tempo für Tempo brauchen wir Kraft da muss dann also haben wir sind alle auf Tempo ne also können wir Zorro hier nicht gebrauchen so dann erstmal Sanji der schaltet direkt wieder 2 auf einmal aus sehr gut gibt dann Erfahrung für uns so er hat Kraft für Kraft brauchen wir Technik für Technik haben wir Robin ist meine Maus hallo Maus da ist meine Maus direkt einfach so eine Schelle gegeben Alter so und er kann jetzt ihn angreifen ach stimmt wir haben jetzt auch Feuerangriffe ne auf Ruffy boah 5000 Erfahrungsbonus Alter ey oh mal Luft beim Level Junge was los also wenn das so weiter geht dann sind wir ruckzuck wieder Level 41 42 hier ja das war unnötig da hole ich hin so jetzt sind wir einmal schön im Kreis gelogen da hätten wir nicht mal die Tür für öffnen müssen das heißt du hast quasi noch ein hintereingang wenn du dich für dieses Rätsel zu dämlich anstellst was fast nicht möglich ist sich dafür dämlich anzustellen oder zu dämlich sich dafür anzustellen so die drei sind Kraft das wäre dann was für Robin die drei sind auf die drei sind und die drei sind und sie sind so jetzt kann Ruffy da ran und das mal ja Ich weiß halt nicht, was er hier für einen Auftrag hat. Was haben wir jetzt hier überall? Ich dachte, wir haben hier noch ein Feuer. Oder sind das die normalen Angriffe? Anscheinend. Schwach. Das muss ja ein Feuerangriff sein, dann, ne? So, was haben wir hier noch? Noch eine Rätseltür. Ja, kriegen wir auch noch. Dann lassen wir mal gucken, wo müssen wir hin? Da oben. Also müssen wir durch diese Tür. So, hier haben wir wieder die drei. Einmal so. Ja, entspannt euch doch mal. Könnt einmal so. Wir wollen natürlich alle Türen offen haben. Oi. Weiß ja nicht, wo der Blitzer noch hinführt. Wir gehen erst mal hier durch. Logischerweise. Uh. Was bist denn du? Du hast eine Kiste. Gib mir die. Ein wilder Schock-Nasmon-Kiefer. Oh, der Technik. Okay, Technik, da hilft der Nami. Mal gucken, wie stark der ist. Okay, nicht allzu stark. Der sah jetzt schon stärker aus als die anderen Gegner. Aber war anscheinend nur das Aussehen. Angriff. Okay. Ähm. Da. Irgendeiner hat ja noch keins. Genau, Robin hat noch keins. Jetzt müssten alle eins haben eigentlich, ne? Ja. Ich habe jetzt sogar zwei. Finde ich gut. Bis zu vier Stück geht anscheinend. So, und ich habe hier noch einen Speicherpunkt auf der Karte gesehen. Ja, genau da vorne. Also, der kommt hier dann gleich. Dann gehen wir ab. Davon haben wir schon einen gefunden, ne? Ja, ich habe hier noch keine Ahnung. Okay, davon haben wir ja schon eine gefunden. Jetzt haben wir zwei. Gewittertafel. Gewitter? Oh, so ein Meme, ey. Gewitter. So der Einzige hier, ja. Jetzt.